Hallo liebe Feuerwerfer, wieder ein schöner Tag in unserem Leben. Wie ich so schön sage, wir sind wieder auf einem Wanderweg in Spanien in der Nähe von Portman. Und hier sieht man schön die Bäumchen und gibt schöne Wanderwege. Wir wandern jetzt da durch den ganzen Wald. Ja, hier ist der Weg, wo wir hergekommen sind. Und hier sieht man das Mittelmeer. Und es ist ganz ruhig hier. Prima. Hier hinten müssen wir hoch. Irgendwo gibt es da den Weg. Da sind wir schon mal gewandert. Es ist ein bisschen beschwerlich nachher, aber es geht. Das habe ich noch. Die Frau auch. Die Sonne scheint. Was will man mehr? Die Sonne ist da. Strahlen blauer Himmel. Und hier müssen wir jetzt runter. Da fahren die Fahrräder auch manchmal her, wenn sie mutig sind. Macht's gut, ihr Lieben. Einen schönen Tag noch.